Guten Abend, Gauersitz. Ich sehe, da sind schon ein paar Leute aktiv am Schreiben. Hallo, Alexandra. Willkommen im Club. Danke fürs Kaffee. Olivia, hallo Olivia, hallo Radu, hallo Dario. Hallo, ja, ich begrüsse euch ganz herzlich heute zu unserem Livestream. Heute ist es sehr einfach, sehr einfach, ganz für Anfänger. Wir wollen Sachen sammeln, Sätze sammeln, die Anfänger, die Anfänger sollten können. Also, 100 Schweizerdeutsche Sätze, die Anfänger sollten können. Hallo, Schein. Also, wir beginnen mal mit diesen 100 Sätzen. Ganz wichtig ist, wenn man sich das vorstellt. Hallo, ich bin Katrin. Wie heisst du? Es wäre schön, wenn ihr schreiben könnt. Wie, wenn ihr heisst. Hallo, ich bin... Uh, das ist ein Fehler. Ich bin die Katrin. Nicht nur die Katrin, sondern die Katrin. Da ist ein T verloren gegangen. Genauso wie die Olivia müssen schreiben. Ich bin die Olivia. Genau. Und Schein. Bist du der Schein oder bist du die Schein? Du bist der Dario. Genau. Wunderbar. Ihh, das ist blöd. Und ich habe oben gerade einen Fehler geschrieben. Ich bin der Radu. Genau. Also, Männer sagen die und Frauen sagen die. Ich bin die Katrin. Ja. Super. Freut mich. Hallo. Lovely. Du bist die Lovely. Genau. Ich bin der Schein. Der ist für Männer. Genau. Der heisst eigentlich der. Also, ich kann sagen, ich rede mit der Lovely. Aber dann ist es Dativ. Ja. Ich kann sagen, das ist die Lovely. Ich rede mit der Lovely. Oder ich rede mit der Olivia. Weil es Dativ ist. Aber der ist der. Okay. Aufhänge. Auf Hochdeutsch. Ja. Hallo. Soheil. Ja. Bist du die Soheil oder bist du der Soheil? Jetzt erfahre ich ganz interessante Sachen. Manchmal ist es nicht einfach zu sagen, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau. Mit Schweizer Namen, da kennt man sich aus. Ja. Ich kenne mich aus. Erste. Das Erste. Der Soheil. Okay. Also, du bist ein Mann. Ich bin der Soheil. Ja. Also, du müsstest. Das ist eben das Spezielle mit Schweizerdeutsch. Wenn man Namen sagt und mit Personen redet, über Personen redet, dann müssen wir immer den Artikel brauchen. Der Soheil. Ich bin die Kathrin. Der Philipp ist zu Hause. Wo ist die Eva? Nicht nur Eva, sondern wo ist die Eva? Ja. Okay. Ich bin der Soheil. Genau. Also, wir müssen immer den Artikel sagen. Daran denken. Oder auch. Ich denke, Rochankisch. Das ist sehr wahrscheinlich deine Nachnamen. Du hast auch gesagt, ich bin der Herr Rochankisch. Rochankisch. Ja. Oder ich. Wo ist der Herr Brussach. Genau. Genau. Also, dann reden wir auch mit dem Artikel. Wunderbar. Also, ich bin die Kathrin. Das ist Feminine. Oder ich kann sagen, die schöne Frau ist die Lovely. Also, wenn ich ein Adjektiv habe, dann sage ich nicht nur die schöne Frau, sondern sage ich, die schöne Frau ist die Lovely. Ja. Also, Feminine kann auch diese sein, wenn wir Adjektiv haben. Hoi. Also, was gibt es für andere Wörter zum Hallo sagen? Du kannst sagen Hoi auf Schweizerdeutsch. Was sagen dir sonst noch? Sali. Genau. Sali. Ja. Grüß Gott. Hallo. Sali. Genau. Wunderbar. Grüezi. Genau. Wenn wir per sie sind. Grüezi. Guten Morgen. Guten Morgen. Oder. Also, Grüezi ist Formal. Hoi ist Informal. Also, das würde ich jetzt nicht sagen, Hoi Herr Schneider. Das geht nicht. Also, Grüezi Herr Schneider. Guten Morgen Herr Schneider. Guten Nachmittag. Guten Tag. Ja. Das ist Formal. Oder Grüezi. Die Berner sagen Grüezi. Guten Tag. Genau. Guten Tag. Mhm. Ich heisse Katrin. Wie heissen Sie? Also, da ist nur mein Name. Dann kann ich nur meinen Namen sagen. Ohne die Katrin. Ich bin die Katrin. Aber ich heisse Katrin. Wie heissen Sie? Also, jetzt müsst ihr euren Familiennamen sagen. Oder ihr könnt. Ich, oder ich heisse Frau Erni. Eigentlich wäre das besser. Ich heisse Frau Erni. Ich heisse Erni. Wie heissen Sie? Oder ich heisse Katrin. Wie heissest du? Ohne die Katrin. Du heissest Olivia. Genau. Ich heisse Olivia. Mein Name ist Katrin. Kann man auch sagen. Mein Name ist... Genau. Hallo zusammen. Wenn man zu einer Gruppe redet und wir sind per Du, kann ich sagen Hallo zusammen. Aber wie sagt man das, wenn ich zu einer Gruppe von Leuten rede, aber wir sind per Sie? Erni ist ein Charakter in der Sesamstrasse, aber wir sind ohne E am Schluss. Also nur Erni. Genau. Grüezi miteinander. Danke, Dario. Grüezi miteinander. Sagt man, wenn man zu einer Gruppe von erwachsenen, fremden Leuten redet. Ja. Grüezi miteinander. Wie würdest du dich verabschieden, wenn du sagst, ich gehe jetzt. Wie würdest du dich verabschieden? Was kannst du sagen? Ade. Genau. Ade. Sehr gut. Sehr gut. Adieu. Adieu. Wir sagen Berner sehr viel. Adieu. Es kommt vom Französischen. Adieu. Mit Gott. So quasi. Ja. Tschüss. Genau. Tschüssli. Auf Wiedersehen. ist auf Hochdeutsch. Auf Wiedersehen. Tschüss für Dutzis. Wenn wir per Du sind, Dario, dann sagen wir Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nicht auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das sagt man. Das sagt man fast mehr auf Wiederhören. Wenn man Englisch auf Schweizerdeutsch hören, ist es hören. Also, hör gut zu. Hör gut zu. Ja. Ja. Schöne Zeit. Schöne Zeit. Oder. Mach's gut. Ich lese Katrin. Ich lese Radio. Ich lese zum Beispiel eine Fernsehsendung. Oder schaue eine Fernsehsendung. Ich lese Musik. Aber ich lese dir zu. Zuhlöse. Also, ich lese jemandem zu. Hallo, Hakuna Matata. Das kannst du sagen. Aber ich höre. Ich höre die Vögel singen. Ich höre, dass Katrin rät. Ich höre Auto vorbeifahren. Das ist gehören. Ja. Also. Tschüss zusammen. Kann man auch sagen. Ciao miteinander. Hoi zusammen. Tschüss. Haben wir alles schon gehabt. Tschüss zusammen. Oh. Und da ist es verschwunden. Genau. Oder. Bis bald. Bis bald. Oder mach's gut. Mach's gut. Schöne Woche. Schöne Woche. Schönes Wochenende. Schönen Abend. Oh. Ich glaube. Ähm. Wenn jemand dir sagt. Ähm. Ähm. Und dann kannst du sagen. Oh. Ich lese. Ich lese dir zu. Zum Beispiel Olivia. Ich lese Hakuna. Ich lese Hakuna. Das heisst Hakuna. Du kannst reden. Ich bin jetzt da. Und ich lese. Bis bald. Bis morgen. Bis morgen. Und dann haben wir noch das dritte Thema. Von wo sind sie? Bis am Dienstag, am 8 Uhr. Genau. Das kann man auch sagen. Bis am Dienstag, am 8 Uhr. Von wo sind sie? Von wo kommen sie? Oder. Von wo kommst du? Ich bin von Bern. Genau. Mhm. Woher kommen sie? Von wo sind sie? Von woher kommen sie? Ist eigentlich fast synonym. Der Hakuna Matata. Du hast jetzt das interpretiert als wo wohnst. Von wo sind sie? Von wo sind sie? Kann man auch sagen. Wo wohnst du? Ich wohne in Bern. Ich komme von Bern. Ähm, du bist von St. Gauä. Olivia, du bist auch von Bern. Genau. Und woher kommen sie? Und woher kommen sie? Ist dann eher wirklich deine Herkunft? Woher kommst du? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? In welchem Land, in welcher Kultur? Woher kommen sie? Mhm. Oh, Radu, du stammst aus Basel. Ja. Und wo wohnst du jetzt? Wenn du aus Basel stammst und da mitmachst beim Schweizerdeutsch lernen? Soheil, du bist aus dem Iran. Genau, sehr gut. Shane, du kommst aus Texas. Du kommst aus Texas. Das ist ganz im Süden von Amerika. Äh, ja. Wohnst du auf dem Land oder in der Stadt? Ähm, kommst du vom Land oder kommst du von einer grossen Stadt? Genau, du bist ein Weltenbürger. Hakuna Matata. Ein Weltenbürger ist jemand, der überall in der Welt zu Hause ist. Ja. Das ist jemand, der an vielen Orten schon gewesen ist und an vielen Orten gelebt hat. Der kann von sich sagen, ich bin ein Weltenbürger. Genau. Ähm, bist du von Ungarn? Bist du von Ungarn? Oder bist du aus der Tschechei? Radu, du kommst aus Siebenbürger. Gehört das zu Rumänien? Kann das sein? Oder wo ist das? In welchem Land? Nein, Olivia, du bist nicht von Ungarn. Schein, du wohnst auf einem Land. Du bist, vielleicht kann man sagen, du bist ein Landein. Das ist vielleicht nicht ganz so nett. Aber wenn jemand vom Land kommt und nie so in der Stadt war, dann kann man sagen, das ist ein Landein. Ein richtiges Landein. Genau, Radu, ich habe es richtig gesagt, Rumänien, Siebenbürger ist in Rumänien. Hat man dort auch Deutsch geredet in Siebenbürger? Hat es dort eine deutsche Minderheit? Dass es so ein deutscher Name hat? Ja. Ähm, Olivia, wir haben gesagt, Siebenbürger ist in Rumänien. Kathrin Landein, Olivia, ich verstehe nicht, was du meinst. Also, oder sind Sie von England? Sind Sie von England? Hat es da jemand von England dabei? Also, ähm, wer ist aus, aha, ein Landein. Die Person, die auf dem Land wohnt, kann man manchmal sagen, du bist, das ist ein Landein. Oder so humorvoll kannst du sagen, ich bin ein Landein. Genau, äh, ich habe das, irgendwo, habe ich von dem schon gehört, Siebenbürger gibt es, äh, schwäbische und sächsische Minderheit. Und du, gehörst du zu dieser Minderheit? Ah, nein, du gehörst zu der Basel, du stammst aus Basel. Genau. Dario, du bist ein Landein. Aus welchem Land kommst du? Von woher kommst du? Auf dem Land ist es auch sehr schön, ja. Ich, du bist ein Stadtmensch. Hakuna Matata, äh, du bist ein Stadtmensch, ja. Oh, jetzt ist es ziemlich kalt in Texas. Olivia, du postest manchmal in den Landein, du gehst in die Landein einkaufen. Ja, genau. Die Landein hat das Produkt vom Land. Genau, Dario, du kommst aus einem Dorf, neben Zagreb, zu Kroatien. Äh, Shane, du kommst aus Texas. Lovely, woher kommst du? Ah, du hast geschrieben schon und ich habe es übersehen. Ich komme aus den Philippinen. Du kommst aus den Philippinen und wohnst jetzt in St. Gaua. Genau. Äh, das ist ein grosser kultureller Unterschied, ja. Ähm, ja. Woher kommst du noch? Haben wir alle? Genau. Wir müssen aufpassen. Ähm, wenn wir bei den Ländern sind, dann hat es ein paar Ausnahmen. Also, ich komme aus Deutschland. Er kommt aus Frankreich. Wir kommen aus Spanien. Äh, zum Beispiel, er ist aus Dänemark. Sie sind von Schweden oder aus Schweden. Hallo, Christina. Ah, du bist von England. Genau. Äh, und jetzt wohnst du zu England oder wohnst du in der Schweiz? Äh, Olivia, du bist drei Jahre zu England gewesen. Ich bin auch ein Jahr zu England gewesen. Ich bin ein Jahr zu Liverpool gewesen. Schon lange. Äh, 1996, 1997. Und dann gibt es die Wörter, die Länder wie die Schweiz. Ich komme aus der Schweiz oder aus der Türkei. Länder, die feminin sind. Oder aus den USA. Das ist Plural. Und aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber ich kann auch sagen, ich komme aus Amerika. Ganz kurz. Also, ähm, Shane, du kannst sagen, ich komme aus Amerika. Oder ich komme aus den USA. Ja. USA ist eine Ausnahme. Dein Arbeitskollege kommt aus der Türkei. Hm. Genau. Ich, ähm, ich kenne auch jemanden da, Ja, ein Nachbar kommt aus der Türkei. Ein Nachbar von mir. Genau. Also, aus der Türkei. Und aus dem Iran. Genau, so heil. Das heisst du richtig gesagt. Ich komme aus dem Iran. Und, äh, aus dem Irak. Aus dem Irak. Äh, aber zum Beispiel aus Saudi-Arabien. Das ist wieder ganz normal. Aus Saudi-Arabien. Mhm. Oder, vielleicht haben wir da Leute aus der Tschechei, aus der Tschechei, aus der Slowakei. Das gehört auch zu den Ausnahmen. Genau. Ähm, und, äh, das stimmt nicht. Ich bin nicht von Polen. Aber mein Mann kommt von Polen. Mein Mann ist Polen. Genau. Das ist wieder ganz, äh, regelmässig, das Land. Äh, mein Mann ist Polen. Okay. Ähm. Ähm, äh, also. Ich möchte noch all den Leuten ganz herzlich danken, die mich da unterstützen. Und die wir einen Kaffee kaufen. Und die, die sich eingeschrieben haben für die extra Filme. Da könnt ihr später den Film, äh, Livestream noch einmal schauen. Ähm, und jetzt habe ich gedacht, wir können noch, jetzt haben wir immer so in Ich-Form geredet. Genau, Christina. Ich wohne zu England. Du wohnst zu England. Also ich kann sagen, Christina, du wohnst zu England. Aber ich wohne zu Polen. Ich wohne zu Polen. Genau. Äh, jetzt könnten wir über, äh, äh, jemanden aus der Familie reden. Hm? Wir haben zum Beispiel, Mein Mann kommt, nicht ich komme, aber mein Mann kommt aus Polen. Ja. Oder Mein Mann heisst Adam. Er kommt aus Polen. Ja. Äh, äh, könnt ihr vielleicht noch sagen, zum Beispiel von eurer Familie, vielleicht habt ihr noch andere Leute, die nicht aus dem gleichen Land kommen, wie ihr, in der Familie, oder die nicht aus der gleichen Stadt kommen, wie ihr. Genau. Mein Nachbar kommt aus der Türkei. Sehr gut, Olivia. Mein Nachbar. Oder meine Nachbari, wenn es eine Frau ist, meine Nachbari, kommt aus der Türkei. Das ist die Person, die nebenan wohnt. Ja. Mein Mann kommt aus der Schweiz. Sehr gut, Lovely. Ja. Was haben wir da noch? Meine Schwägerin kommt aus dem Berner Jura. Meine Schwägerin kommt aus dem Berner Jura. Mhm. Und, ähm, meine Freundin äh, kommt aus, äh, aus dem Seeland, aus, äh, Kärzers. Der Schein kommt aus Texas. Genau. Äh, Olivia, du musst noch sagen, der Schein. Der Schein kommt aus Texas. Nicht nur Schein. Mhm. Wer hat noch etwas zu sagen, ähm, ähm, der Schein kommt aus Texas. Genau. Ja. Oder meine Schwiegermutter kommt aus der Kaschubische Schweiz. Genau. Meine Frau kommt auch aus Texas. Kommt, kommt, ich würde sagen, kommt, meine Frau kommt auch aus Texas. Äh, meine Schwiegermutter, also die Mutter von meinem Mann, sie kommt aus, äh, der Kaschubische Schweiz. Da in Polen, äh, hat es, ähm, eine Region, da wohnet Kaschube und in der Region sagt man Kaschubische Schweiz, weil es gibt, äh, es ist eine sehr schöne Landschaft. Kommt, genau. Ja. ähm, 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 meine Frau, äh, meine Schwiegermutter kommt aus der Kaschubische Schweiz. ähm, ähm, und, genau, meine Nachbarn kommt aus Spanien. Nicht, Spanien ist normal, einfach aus Spanien. Aus der Schweiz, das ist eine Ausnahme, eine Exception, eine Ausnahme, aus der Schweiz, aus der Türkei, aus dem Iran, das ist eine Ausnahme, aber meine Nachbarn kommt aus Spanien. mhm, mhm, genau. Sehr gut. Ähm, mein Schwiegervater kommt aus Weissrussland. Also, mein Schwiegervater ist auf dem Gebiet von Weissrussland geboren, aber vor dem Krieg ist das Pole, äh, Pole war, Pole war mehr im Osten. Ja, er ist ein Pole, aber er kommt aus dem Gebiet von Weissrussland. Bieloruss, Bieloruss. Ich habe gehört, dass sie auch schon so sagen, auf Deutsch, aber eigentlich sage ich immer Weissrussland. Genau, mein Schwiegervater kommt aus der Slowakei. Sehr gut. Wunderbar. Ähm, kenne ich jemanden? Belarus, genau. Sagt mir jetzt vielleicht auch mehr, weil sie es selber so sagen, vielleicht die Weissrussen. Ähm, das ist nicht übersetzt, denn äh, aus Holland. Wer kommt aus Holland? Ähm, wenn man sagt, äh, zum Beispiel, ähm, meine Schülerin kommt aus Holland, ja, aber, äh, sie kommt aus den Niederlanden. Ich habe gehört, dass die Holländer jetzt möchten, dass man mehr Niederlanden sagt und weniger Holland. Ja, also Niederlanden wäre dann, äh, wieder eine Ausnahme. Sie kommt aus den Niederlanden. Das ist, äh, ähm, ich glaube, Niederlanden ist eine grössere Region als nur Holland. Ich glaube, Holland selber ist ein bisschen kleiner als Niederlanden. wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm, aus den Niederlanden. Oh, dann, die Frau vom Neffen, von meinem Mann, also, von deinem Mann, Lovely, kommt aus Zimbabwe. Also, er ist Schwarzer, er ist Afrikaner. Genau. Oh, Dario, du hast ein Jahr in den Niederlanden gearbeitet und hast du dort Niederlandisch gelernt, also Holländisch gesprochen. Genau, das war auch meine Frage. Sie ist Afrikanerin. Mhm. Also, wir haben da sehr internationale Gesellschaft. Wenn wir, wir sind aus verschiedenen Ländern und wir kennen noch Leute aus ganz anderen verschiedenen Ländern und das ist eine grosse Familie, hoffe ich. Ich hoffe, wir kommen gut zusammen aus und wir können miteinander vielleicht schon Schweizerdeutsch reden. Vielleicht kannst du mit den spanischen Nachbarn Schweizerdeutsch reden. Wer weiss. Oder auf jeden Fall Englisch. ihr könnt zusammen kämpfen, das Kaffee trinken. Mhm. Okay, also heute haben wir einen kurzen Livestream gehabt mit ganz einfachen Sachen. Genauso, Dario, holländisch klingt ein bisschen wie Schweizerdeutsch, aber du verstehst wenig. Ein Jahr lang nicht, wenn man ein Jahr dort ist. Ich habe das Gefühl, ich weiss nicht, ich höre manchmal Leute holländisch reden. Ab und zu versteht man ein paar Wörter, aber es ist zu wenig für mich, um den Kontext zu verstehen. Genau, Schweizerdeutsch reden wir auch in Frieden und Liebe. Genau. Also, da machen wir mit denen weiter am 9. Ja, ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Es gibt auch noch einen Schweizerdeutsch Kurs, der am Montag am 8. ist, für Anfänger, wo wir einfachere Sachen machen. Also, wenn ihr regelmässig möchtet, eure Sprach erweitern, dann nachher könnt ihr das in dem Kurs am 8. Und dann gibt es eben das Treffen am 9. Das ist ein Kurs, wo wir viel reden wollen. Ein Zoom-Meeting, wo wir miteinander, das ist schon für Fortgeschrittene, also wir testen, ob die Leute schon Schweizerdeutsch können, wo sich einschreiben. Und dort müsst ihr reden, müsst ihr ein Mikrofon haben für diesen Kurs. Und da laden wir euch ganz herzlich ein. Das ist immer am Zistagabend am 9. Und ja, dann vergesst nicht, dass die, die noch nicht abonniert haben, ihr könnt unseren Kanal abonnieren, ihr könnt Subscribe drücken und dann kommen immer neue Informationen über und die Beschreibung ist unten, wie man Kaffee kaufen und was es sonst noch gibt. Okay, ich danke euch ganz herzlich fürs Mitmachen, heute ist es etwas kürzer gewesen, ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Erholung und bis nächste Woche. Tschüss zusammen! Tschüss!